Hallo und herzlich willkommen die Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Einkündigung für heute Abend Sonntag, den 13.29.20. Ich habe mal wieder extrem lustige Decks hier für euch vorbereitet. Ich gebe euch hier an dieser Stelle mal einen kleinen Tipp. Wir werden mal wieder den großen Herren hier huldigen, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und ich habe mir auch schon überlegt, das Ganze könnte ich ja mal wieder dann so ein bisschen zusammenschnibbeln, wenn das Ganze mir möglich ist, so technischer, mit dem technischen Aspekt einfach nur. Und ja, der Stream wird auf jeden Fall super, super lustig werden. Wie immer startet es, wie normalerweise auch zwischen 20 und 20 und 30. Und ich habe hier tatsächlich noch eine Kleinigkeit, die ich erwähnen möchte. Und zwar erstmal ein riesiges, fettes, unglaubliches Dankeschön an all die Leute, die sich inzwischen dazu entschieden haben, dieses Supporter-Programm hier bei mir daran teilzunehmen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Eine ganz, ganz wichtige Sache jedoch ist, bitte, bitte schreibt mir, wenn ihr teilnehmt an diesem Membership-Programm, einfach mal ganz kurz im Discord eine Private Message mit eurem YouTube-Namen, dass ich euch zuordnen kann und euch vor allen Dingen die jeweilige Rolle im Discord zuordnet, dass ihr auf den Supporter-Discord-Channel zugreifen könnt. Sonst ist es halt für mich persönlich ein bisschen schwierig, euch hier eure jeweiligen Rolle erstens mal zuzuordnen, wie auch, dass ihr eure jeweilige Vorteile halt dann bekommen könnt. Das Ganze wird ab nächstem Sonntag starten, mit dem ihr dürft über das Deck entscheiden, oder besser gesagt, ihr dürft über dieses Deck raffeln. Und ja, ab nächste Woche werden auch dann die legendären Supporter hier, vielleicht sogar schon heute, so ein paar Informationen kriegen, was denn alles so anstehen wird. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid heute Abend wieder am Start, würde mich auf jeden Fall freuen. und dann haut mal rein, bis denn dann, tschüss!